Wie teste ich? Ich nehme Kontakt auf diese Armeise, unnäher, gehe ein bisschen in die Tiefe, bis ich das IT-Paket schön festnehmen kann. Auch hier wiederum schauen, dass man ein bisschen Hautgewinn hat. Es muss eine schöne Hautfalte hier sich bilden. Und dann kann ich das IT nach Kranial ziehen und dementsprechend testen, ob das Gelenk IT-Uterus oder IT-Blase frei ist. IT umgreifen, Hautgewinn, testen, indem ich das IT-Paket nach Kranial schiebe. Ich kann das IT beispielsweise mobilisieren, indem ich mit einer Schaukelbewegung die Fasie ein bisschen öffne, auf diese Armeise. Dort, wo ich die Einschränkung spüre, etwas mit einer Schaukelbewegung die Mobilisation verstärken kann. Die Patientin kann einatmen und ausatmen. Während sie ausatmen kann ich das IT etwas kräftiger nach oben schiebe und allerfalls mit der Hebewirkung, indem sie selbst aktiv die Beine streckt und ich das IT unter dessen Kranial halte. Was passiert dann? Während der Streckung kippt, der Pubis-Ast ein bisschen nach vorne. Das zieht die Gebärmutter mit. Ich halte das IT und somit wird auch das Gelenk wiederum dementsprechend mobilisiert. Wenn man merkt, die Fixierung beispielsweise des ITs ist leicht links oder leicht rechts betont. Dann kannst du zum Beispiel, indem es rechts betont ist, die Patientin auf der linken Seite liegen lassen. Die kann das Bein dann ein bisschen unterstützen. Kannst du das Bein liegen lassen. Das IT-Paketchen fixiere ich mit dem Daumen und dann kann ich beispielsweise mit diesem Hebel das Gelenk auf die IT-Paketchen mobilisieren.